Mein Name ist Michael Heinrich, ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der LMT-Gruppe. Wir sind eine Unternehmensgruppe, die in zwei Divisionen aktiv ist. Das eine ist der Bau von Maschinen für die pharmazeutische Industrie. Der andere Bereich ist die Herstellung von Werkzeugen für die Bearbeitung von Metall, von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen. Speedcore ist der Name unserer neuen Welsfräser-Generation. Welsfräser stellen Zahnräder her. Wir haben es geschafft, mit diesem Schneidstoff, mit diesem Substrat, eine Produktivitätssteigerung, vor allen Dingen in der Automobilindustrie, zu lassen, die im Bereich von 50 Prozent liegt. Es handelt sich um einen Schneidstoff, der die Vorteile des HSS und Hartmedaill miteinander vereinigt. Wir haben eine höhere Warmhärte damit erreicht, bei gleichbleibender Zähigkeit. Ich liebe meine Firma wegen der Menschen, die bei uns arbeiten. Das ist ein beeindruckendes Team.